Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zusammen mit Laura. Anne und Manny sind vereint. Hey! Ihr wollt wieder ein Video von uns, deswegen sind wir wieder hier. So ist es. Und zwar haben wir uns für heute überlegt, dass wir in den DM gehen und uns gegenseitig Teile kaufen, die ihr bestimmt habt eigentlich. Weil wir euch auf Snapchat gefragt haben, was für Kategorien wir einkaufen sollen. Also wir wissen auf jeden Fall noch nicht, was der andere für den jeweils anderen gekauft hat. Hat das hingewiesen? Ja. Und das wird jetzt eine Überraschung. Das werden wir uns jetzt halt im Video überreichen. Wir haben es heute leider nicht geschafft, auch noch ein Video für Laura zu drehen, aber das wird irgendwie demnächst auf jeden Fall noch kommen. Und genau, deswegen solltet ihr sie auf jeden Fall auch abonnieren und ihr Abo-Link ist in der Infobox und auf ihr Instagram und Snapchat und überall, wo man dich stalken kann. Okay. Geht's jetzt schon los? Ja. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Kategorie. Willst du verlesen? Ja, etwas aus der Mini-Warenabteilung, also mit diesen Proben. Genau. Soll ich dir mal meine erste Sache geben? Okay. Ich freue mich nämlich mega drauf, weil ich das Produkt wirklich sehr cool finde und ich hätte das auch sehr gerne. Tada! Ah! Es ist eine Mini-Tampon-Dose. Ich war mir so sicher, dass du was anderes mitnimmst. Aber die ist ja mega schön. Ja, ne? Ich finde die auch richtig hüft. Das kann man ja schieben, wusstest du das? Oh, das ist echt cool. Nee, kann ich zum Aufklappen. Ich wusste auch nicht, wie das jetzt funktioniert. Ja. Oh, und da sind dann drei Tampons drin. Ich glaube, das würde sogar noch ein vierter reinpassen, theoretisch. Stimmt, hast recht. Das erinnert mich voll an ein Design von einer Handyhülle. Ja, stimmt. Das ist richtig hübsch mit dem Muster. Ja, oder von einem Popsocket oder so. Ich habe dir tatsächlich zwei Sons aus der Mini-Warenabteilung. Im Ernst, ganz kurz, ich muss sagen, ich auch. Jetzt ehrlich? Weil ich dachte vielleicht, dass du die Tampons schon hängst. Ah, wie lustig. Soll ich dir das auch noch geben? Ja, okay. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, warte. Oh mein Gott, und die gleichen Sorte. Ich habe die für den Geburtstag von einer Freundin gekauft. Die hoffentlich jetzt nicht zuguckt. Und auch die guckt so. Egal, das ist ja nur ein. Egal. Ein kleines Geschenk, schon mal verraten. Voll cool, ich finde die richtig süß. Die passen selbst in die Kleinstmachentaschen. Ich habe dir etwas mitgenommen, wovon ich glaube, dass du es gut findest. Ich glaube, du hast mir das mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht verwechsel. Deswegen habe ich zwei Sachen mitgenommen. Ich bin gespannt. Falls ihr die noch nicht kennt, das sind diese Mini-Hackporn von Swiss Opa und ja, hier die Richtung Maracuja, die finde ich richtig, richtig gut, die hatte ich nämlich schon voll oft und deswegen hast du dich auf jeden Fall richtig daran erinnert und noch dazu sieht die voll hübsch aus. Dankeschön. Dann kommen wir zu Kategorie Nummer 2. Ja. Das Teil mit der schönsten Verpackung. Oder sollen wir das später machen? Nö, können wir ruhig jetzt gerne. Okay. Dann gebe ich dir meins, ja? Okay. Ich freue mich nämlich schon voll drauf, weil ich fand das sehr, sehr schön. Also ich hätte es sehr gerne so rumliegen. Ich fand das total schwer, die Kategorie. Also gerade die, die fand ich... Also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Oh mein Gott, das habe ich schon. Echt? Aber das ist eine... Ich habe das auch von früher. Ihr P2 hat nämlich schon mal in der Edition mit demselben Design rausgebracht, aber jetzt ist das eine neue. Oder hast du genau das gleiche? Doch, ich habe das tatsächlich von P2 zugeschrieben. Oh, okay. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich total drüber. Aber habe ich die Kategorie erfüllt? Schön zu verpacken? Auf jeden Fall. Sieht richtig, richtig schön aus. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, das erste, das ich bekommen habe, habe ich auch mittlerweile schon von Luz. Machen wir bei mir. Deswegen. Oh, richtig schön. Ja. Sehr schön. So ein richtig schöner, neutraler Ton für den Alltag. Ist, ich glaube, sogar matt. Also zumindest nicht viel Schimmer drin. Das ist echt schön. Danke. Bitte schön, gerne. Freut mich voll. Das macht voll Spaß, das Video. Sich so gegenseitig zu beschenken. Oh, oha. Das ist echt Trockenshampoo. Ja. Ich habe dasselbe. Das ist das. Hast du das schon mal ausprobiert? Mhm. Denn ich habe das schon mal gekauft, aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert. Hast du auch das genommen? Nee, ich habe eine andere Sorte genommen. Ich habe irgendwie so gelb-grün ist das irgendwie bei mir. Aber das sieht richtig schön aus. Das gelb-grün wollte ich dir jetzt mitnehmen. Ah, sehr gut. Hast du sehr gut entschieden. Vor allem mit den Flamingos drauf, ne? Flamingos sind ja eh so geheimte Tiere momentan irgendwie. Ja, das stimmt. Und das sieht echt richtig hübsch aus vom Design. Ich glaube, deins ist aber schöner gewesen. Das röse Herd. Ach so, hier. Das kann auch keiner toppen. Also, ganz ehrlich, das ist auch eine coole Verpackung. Muss man den ja mal lassen. Dankeschön. Bitteschön. Die dritte Kategorie lautet die Mascara mit dem komischsten bzw. lustigsten Würstchen, die ihr finden könnt. Okay, warte, dann gebe ich dir jetzt zuerst. Ach so, okay. Die zwei. Uh, von Maybelline. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wie das da so rauskam. Also, richtig? Wartet jetzt, hört mal. Also, ich glaube nicht, dass diese Würste jetzt einen besonders schönen Wimpernschwung macht, aber wer weiß, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Auf jeden Fall hast du die Kategorie sehr gut erfüllt. Cool. Freut mich. Eine sehr mysteriöse Bürste. Ready? Ja, ich habe die Augen zu. Okay. Von Alverde. Ja. Die hatte eine sehr interessante Bürste. So die interessanteste, die ich so finden konnte. Big Drama. Der Schuss heißt die auf jeden Fall. Ich habe noch nie eine Alverde-Mascara gehört. Genau das will ich gerade auch sagen. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es eine Lüge. Ich glaube, ich hatte mal eine. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Uuuuh. So komplett das Irrland von Deiner, ne? Oh mein Gott. Das ist schon immer so. Ich bin so richtig auf so rumgegangen und Barbara ist so mega schön. Aber beide halt sehr creepy. Jetzt können sie Freunde sein. Also mit beiden hantiere ich nicht so gerne meine Augen rum, sage ich mal so. Vor allem, guck mal, wie groß die ist. Die passt hier fast gar nicht rein in die Öffnung. Ja. Die Öffnung ist viel kleiner. Ja, das stimmt. Die müssen aber richtig reinsitschen. Aber geht dann, ne? Die biegt sich da so rein. Ja, aber guck mal, diese ganze Tusche geht dann hier so an den Rand. Ja. Okay. Aber ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Kategorie Nummer 4 war das erste Produkt, was dir, wo du gerade stehst, ins Auge fällt. Und das fand ich auch sehr cool. Also zumindest fand ich das, was rausgekommen ist, sehr cool. Ich hätte die nämlich auch gerne. Okay. Und zwar... Oh, danke! Sind das solche, wie nennen wir die nochmal? Body-Tattoos. Flash-Tattoos. Ja, Flash-Tattoos, genau. Oh, ich liebe die! Ja, ich habe mich nämlich erinnert, dass du die letzten Sommer oder so vorher auch Fotos anhattest. Ja. Und ich fand die echt schön, so. Ja, finde ich cool, dass es die auch im Lärmzug zu kaufen gibt. Okay, jetzt stickt meins irgendwie dagegen ab. Aber es kommt ja so, wie es kommt, ne? Wo man gerade steht, das Produkt aus einem ins Auge fällt. Ja, und ich stand in der Haushaltswarenabteilung oder Putzabteilung oder keine Ahnung, wie man die nennt. Ja. Ah, Streuticke aus Papier. Oh Gott, das könnte auch in die Kategorie des hässlichsten Produkts des Ganzen der End. Oh nein, findest du? Ja, ich fand die voll viel. Jetzt ehrlich? Ja. Ich finde, die sehen auch irgendwie so aus, ich weiß nicht, wie so Waschlappen vom Material oder so. Ja, schon irgendwie. Und die Farben. Ja. Also die würde ich eigentlich nicht so gerne auf meinen Tisch streuen. Aber ihr bringt nichts gegen meine Auswahl in der Arbeit. Ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr die findet. Oh, grüß dich. Hättet ihr diese Deko gerne oder würdet ihr dann lieber auf die Deko verzichten? Die nächste Kategorie lautet, ein Lebensmittel, von dem du glaubst, es schmeckt nicht. Und darf ich dir das meist zuerst geben? Ja. Meinst du so gut? Ja. Ja, das ist richtig eklig, finde ich. Okay, ich bin richtig gespannt. Ah, reine weiße Karotte. Was ist das immer das ist? Okay, das muss ich jetzt probieren, oder? Ja, muss du. Also, ich würde es auch probieren. Vor allem habe ich eh von Hunger, also, aber ich kenne mir keine weißen Karotten. Bin ich da jetzt so ein bisschen am Leben vorbei, dass ich die nicht kenne, oder? Oder sind, aber... Ich kenne die aber auch nicht. Ich kenne nur Petersilienwurzeln. Aber weiße Karotten kenne ich nicht. Oh, ne. Ich glaube, ich habe doch keinen Hunger mehr. Hast du überhaupt was geschmeckt? Ja, ein bisschen. Aber nicht so viel. Ich bräuchte einen Löffel, aber wir sind jetzt zu faul, um einen Löffel zu holen. Mach's so. Ihr Kleid, gib mir das doch nicht so rein. Ich habe was geschmeckt. Okay, also Aufgabe zu 100% erfüllt. Was ich eingekauft habe, ähnelt ein bisschen Barbaras Produkt, in gewisser Hinsicht. Es sieht auch aus wie so eine Matsche, wenn man das mal so sagen kann. Pilz-Risotto mit Erbsen. Ich finde, es riecht besser, als das, was ich hier ausgesucht habe. Aber, ne. Oh Gott, da kommt gleich so eine ganze Ladung. Oh, Laura, nö. Oh Gott, schmeckt das so schlecht. Man schmeckt einfach noch nichts, aber nach Konsistenz, nach Ekelkonsistenz, ohne Salz. Oh. Ohne Salzzusatz, ja. Ja, wahrscheinlich dürfen Babys noch nicht so viel essen. Aber das ist doch nicht für Babys, das ist doch für Erwachsene. Was für Erwachsene auf dem fetten Bullen. Okay, Leute, das war unser gemeinsames Video für heute. Yay, hat voll Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben leider kein zweites Video auf Lauras Kanal, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben schon so viele Videos zusammengedreht. Ja, das stimmt. Und dann irgendwann in den nächsten Wochen kommt auf ihrem Kanal dann ein Video mit uns beiden online und schaut einfach bei ihr vorbei, weil sie macht immer lustige Videos. Und ja, falls ihr sie noch nicht kennt. Hi. Hi. Ansonsten verlinke ich euch jetzt hier halt meine letzten Videos und auch meine Social Media Accounts und Lauras findet ihr unten in der Infobox und das war's, oder? Ja, und ihr könnt uns ja mal kommentieren, welches Produkt ihr aus dem ganzen Video am coolsten fandet, was ihr am liebsten hättet. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.